Ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, wenn du deine Ernährung umgestellt hast, dich jetzt richtig gesund ernährst, in der Hoffnung, damit endlich abzunehmen und nichts passiert. Du verzichtest auf vieles. Du verzichtest auf Fastfood, auf Süßigkeiten, auf deine Lieblingsschokolade. Aber alle Bemühungen bleiben umsonst. Und bevor du aufgehst, solltest du dieses Video schauen. Denn wahrscheinlich nutzt du einen oder sogar mehreren der entscheidenden Abnehmfaktoren nicht, weswegen es dir so schwer fällt, mit deiner gesunden Ernährung abzunehmen. Dabei ist es gar nicht notwendig, dass du irgendwie hungern musst oder dich auf winzige Diätportionen beschränken musst. Essen darf dir Spaß machen und kann dir trotzdem Erfolge bringen. Und wie du das umsetzen kannst, verrate ich dir jetzt. Ganz wichtiger Disclaimer noch zu Beginn. Niemand hat das Patent auf gesunde Ernährung. Selbst die Forschung streitet sich immer noch darüber, was jetzt gesund ist und was nicht. In diesem Video geht es um das Thema Abnehmen Fettverlust. Und wir betrachten auch hier eine gesunde Ernährung unter dem Aspekt eines einfach einzuhaltenden Kaloriendefizits. Es geht nicht um eine gesunde Ernährung per se oder wie sie auszusehen hat oder nicht auszusehen hat. Wenn du Fitnessinfluencer fragst, ist eine gesunde Ernährung ganz einfach. Du brauchst einfach nur ein Kaloriendefizit und um das einzuhalten, sollst du dich einfach gesund ernähren. Ernährungsumstellung hin zur gesunden Ernährung. Und ja, dann hätten wir alle die Mundfigur, von der wir schon jahrelang träumen, wenn es eben so einfach wäre. Wahrscheinlich hast du auch genau das schon ausprobiert. Du hast deine Ernährung umgestellt. Du hast jede Menge neue Rezepte ausprobiert. Du hast jede Menge Süßigkeiten und Fastfood aus deinem Wochenplan, aus deinem Speiseplan rausgestrichen. Vielleicht hast du dich auch sogar schon richtig mit deiner neuen gesunden Ernährung angefreundet. Aber eines ist noch ausgeblieben. Der ersehnte Gewichtsverlust. Und wahrscheinlich war genau das deine Motivation für das Ganze. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du dieses Video angeklickt hast, dann ist es natürlich super schön, wenn du dich besser fühlst, wenn du dich fitter fühlst. Wenn du vielleicht auch sogar mehr Spaß an deiner Ernährung hast und dich dadurch gut fühlst, weil du siehst, dass du dich gesund ernährst. Aber wenn du eigentlich abnehmen möchtest, dann frustriert es dich natürlich. Lass uns jetzt mal anschauen, was denn die häufigsten Fehler sind, die dazu führen, dass du trotz deiner Bemühungen scheinbar nicht abnehmen kannst. Du ernährst dich gesund und wahrscheinlich ernährst du dich tatsächlich auch schon gesünder als zuvor. Das Problem könnte aber sein, dass du dich gar nicht mal so gesund ernährst, wie du jetzt eigentlich glaubst. Denn was wirklich gesunde Ernährung ist, steht ja nirgendwo definiert. Wenn ich jetzt rausgehen würde auf die Straße und jede Menge fremde Leute fragen würde, ob sie sich gesund ernähren, glaube ich, dass die meisten sagen würden, ja, sie ernähren sich schon eigentlich gesund, zumindest vorwiegend größtenteils, die meisten Leute behaupten nicht von sich selbst, dass sie sich wie scheiße ernähren. Und das ist mit Sicherheit auch gar keine böse Absicht. Wir wissen es einfach nicht besser. Und ich nehme mich dasselbe auch überhaupt nicht aus. Ich bin dasselbe ein super gutes Beispiel für. Früher war ich der Meinung, mich gesund zu ernähren, nur weil ich in jeder Mahlzeit irgendwie eine Art von Gemüse mit drin hatte. Heute betrachte ich dieses Brokkoli in Tortellini in Sahnesoße schwimmend nicht mehr als so gesund. Wenn ich mich wiederum mit irgendwelchen Low-Fat-Food-Diaries mit super unverarbeiteter Ernährung vergleiche, wo wirklich jedes einzelne Sößchen von Grund auf selbst gemacht wird, wenn ich mich damit vergleiche, finde ich meine Ernährung dann wiederum nicht mehr so krass gesund. Es ist einfach immer eine Frage, womit wir uns vergleichen. Denn wir kennen meistens immer nur unsere eigenen Ernährungsgewohnheiten. Das heißt, du hast deine Ernährung wahrscheinlich schon optimiert im Vergleich zu früher, aber vielleicht ist sie einfach nicht so gesund, wie du jetzt gerade denkst. Insbesondere solche verarbeiteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Fertigsaußen, wie Tortellini, wie irgendwelche veganen Ersatzprodukte, die uns in ihrer grünen Verpackung schön gerne vermitteln wollen, dass sie gesund sind, sind eben am Ende trotzdem hochverarbeitete Lebensmittel, die jede Menge Zucker und Fett und Öl enthalten, was eben nicht so krass gesund ist. Und vor allem treiben diese Zutaten von diesen Lebensmitteln, den Kaloriengehalt dieser Lebensmittel so in die Höhe, was uns gar nicht so auffällt. Und genau da haben wir dann den Salat, wenn wir gar nicht wissen, dass unsere Lebensmittel, die wir für gesund halten, in Wahrheit ganz schön viele Kalorien enthalten. Das führt eben dazu, dass du wahrscheinlich sehr viel mehr Kalorien zu dir nimmst, als du eigentlich beabsichtigst oder als es dir auch eigentlich vorkommt. Dadurch machst du ein Kaloriendefizit, was du eigentlich durch deine gesunde Ernährung anstrebst, immer wieder zunichte. Ob du abnimmst oder nicht, entscheidet am Ende des Tages deine Kalorienbilanz. Das heißt, ob du zum Beispiel am Ende der Woche mehr Kalorien durch Nahrung aufgenommen hast, als du verbraucht hast, als dein Körper verbraucht hat. Wenn du eben mehr Energie durch Nahrung zu dir nimmst, als du über Aktivität und Bewegung verbrauchst, dann nimmst du eben zu. Andersrum nimmst du ab. Und eine gesunde Ernährung per se bedeutet nicht, dass du automatisch damit abnimmst. Leider. Trotzdem hat eine gesunde Ernährung den Vorteil, dass es wesentlich einfacher sein kann, ein Kaloriendefizit auf einem intuitiven Weg einzuhalten, ohne dass dafür Kalorienzellen notwendig wäre. Aber je nachdem, wie deine Makronährstoffverteilung aktuell aussieht, kann es trotzdem sein, dass du immer noch zu viele Kalorien dafür aufnimmst, dafür, dass du eben eigentlich in einem Kaloriendefizit sein möchtest. Das ist auch das Phänomen, was ich in meinem Coaching-Programm super häufig sehe. Die meisten Frauen, die sich bei mir fürs Coaching anmelden, die sagen eigentlich von sich selbst, dass sie sich gesund ernähren. Und das stimmt auch vorrangig. Die ernähren sich wirklich gut. Die haben sich mit ihrer Ernährung schon auseinandergesetzt. Die achten auf Vorkornprodukte, auf Proteinquellen. Ernähren sich meistens vegetarisch oder vegan und achten auf ihre zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Und trotzdem können sie nicht abnehmen. Oder es fällt ihnen eben sehr schwer abzunehmen. Ihnen ist ihre Gesundheit super wichtig, aber ihnen ist noch schleierhaft, warum sie mit ihrer gesunden Ernährung nicht abnehmen können. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Auch in einer gesunden Ernährung, auch in einer vorrangig unverarbeiteten Ernährung, gibt es Kalorienfallen. Und die sorgen einfach dafür, dass du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du eigentlich beabsichtigt hast. Hier kannst du dich vor allem am Volumen orientieren. Von Obst und Gemüse kannst du prinzipiell schon mal so viel essen, wie du überhaupt möchtest. Die Natur hat irgendwie schon dafür gesorgt, dass du dich an diesen Lebensmitteln ja nicht überessen kannst. Du kannst so viel Kilo Salatgurken essen, wie du willst. Dieser Wassergehalt, das Volumen und auch die Ballaststoffe in Obst und Gemüse sorgen dafür, dass die Sättigungsmechanismen von deinem Körper auf jeden Fall vorher schon angehen. Das heißt, dein Körper sagt dir vorher schon, du bist satt, bevor du eigentlich auch nur zu viele Kalorien davon konsumieren hättest können. Dass du durch eine Ernährung, die nur aus Obst und Gemüse besteht, zunehmen könntest, ist nahezu unmöglich. Das bedeutet nicht, dass du das solltest, denn nicht nur Kalorien sind wichtig, sondern auch Nährstoffe. Und die bekommst du nicht alle, wenn du nur Obst und Gemüse isst. Und das gilt auf jeden Fall nicht für alle gesunden Lebensmittel. Lebensmittel zum Beispiel mit einem hohen Fettanteil sind zwar super gesund und auch wichtig, gerade für unseren Hormonhaushalt, aber sie haben eben viele Kalorien und können dadurch schnell zu einem Überkonsum an Kalorien führen. Wenn du eigentlich ein Kaloriendefizit einhalten möchtest. Nussmusse oder auch Olivenöl werden super gerne in der pflanzlichen Küche verwendet, führen aber eben schnell mal dazu, dass du, ja, Kalorien überdosierst. Sie erlauben es dir einfach sehr schnell, auf sehr viele Kalorien zu kommen. Das gilt zum Beispiel auch für verschiedene Käsesorten. Es hat einfach einen hohen Fettanteil, insgesamt ein geringes Volumen und dadurch springen diese Sättigungsfaktoren deines Körpers erst viel später an. In dem Fall kann ich dir nur dazu raten, dich einmal näher mit deiner Ernährung und mit deiner Makronährstoffverteilung zu beschäftigen. Und wenn du dich noch nie mit Kalorien oder Makronährstoffen beschäftigt hast, ist das kein Problem. Ich kann dir auf jeden Fall mal empfehlen, dich einmal exemplarisch für eine Woche wirklich mit deiner Ernährung zu beschäftigen und zu schauen, was da drin steckt. Was steckt da an Kalorien drin? Was steckt da an Makronährstoffen drin? Und das muss nicht bedeuten, dass du jetzt alles abwiegst und eintrackst in der App. Vor allem nicht, wenn du das Gefühl hast, das wird dir vom Mindset nicht gut tun. Hier kann es auch echt helfen, wenn du einfach dir selber für dich selbst ein Ernährungstagebuch führst und dann im Nachhinein dir das Ganze nochmal anschaust und betrachtest hinsichtlich Kalorien, hinsichtlich Makronährstoffverteilung. Hier kannst du vielleicht auch im Nachhinein nochmal besser sehen, wo die eine oder andere Kalorienbombe denn versteckt war. Wenn du noch ein totaler Einsteiger bist, was dieses Thema Kalorien, Makronährstoffe, Dinge zählen angeht, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal meine Ernährungsgrundlagen-Playlist hier auf YouTube. Ich verlinke die dir mal hier oben, die kannst du dir sehr gerne anschauen. Findest du auch unten in der Infobox. Da erkläre ich dir ganz, ganz einfach, was du wissen musst zu den Themen, wie du Makronährstoff, deine Makronährstoffverteilung findest, was beim Kalorien zählen wichtig ist, was du unbedingt beachten solltest, wenn du das auf einem gesunden Weg tun möchtest. Im Übrigen soll das Ganze nicht heißen, dass du auf Nussmus oder auf Olivenöl verzichten musst, wenn du abnehmen möchtest. Nur, dass du dir eben darüber bewusst sein solltest, dass diese Lebensmittel eben sehr kaloriendicht sind und dass du auch dementsprechend mit ihnen umgehen solltest. Ein besonderer Punkt, der gerne mal übersehen wird, der dich vor allem betrifft, wenn du eine Frau bist und wenn du unter 1,70 oder noch viel kleiner bist, ist ein geringer Grundumsatz und wie man damit umgeht, wenn man abnehmen möchte. Unsere Körper sind einfach kleiner und das bedeutet auch, dass diese Körper am Tag wesentlich weniger Kalorien verbrauchen als zum Beispiel Männerkörper. Das kann super frustrierend sein, wenn du abnehmen möchtest, weil es bedeutet, dass du deine Kalorienzufuhr am Tag noch genauer im Auge behalten müsstest. Und ich weiß, das klingt super unfair, wenn ich eben sage, dass du weniger essen kannst oder weniger essen musst, um deine Ziele zu erreichen, als es eben andere Leute tun können, die eben größer, schwerer, aber muskulöser sind. Selbst wenn du dich gesund und kalorienarm ernährst, kann es eben doch schnell mal passieren, wenn du das nicht genau nachverfolgst und nicht trackst oder insgesamt dich auch noch nie damit beschäftigt hast, dass deine Einschätzung falsch ist und dann eben doch eher im Bereich der Erhaltungskalorien bist und nicht in einem Kaloriendefizit. Einfach, weil wir da keinen besonders großen Spielraum haben. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, um dieses Problem zu umgehen und das Stichwort lautet hier Bewegung. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt stundenlang durch den Park rennen musst, um überhaupt abzunehmen. Gerade davon rate ich dir tendenziell eher ab. Aber durch regelmäßiges Krafttraining kannst du zum Beispiel deinen Grundumsatz steigern, auch wenn du ein kleiner Mensch bist. Mehr Muskeln verbrauchen mehr Kalorien, auch wenn du gerade einfach nur auf dem Sofa sitzt. Alltagsbewegung ist wirklich dein bester Freund. Und ich habe wirklich auch die besten und einfachsten Abnehmergebnisse erzielt, wenn ich geschaut habe, dass ich jeden Tag auf meine 12.000 bis 15.000 Schritte komme. Mein Walking Pad war da wirklich eine sehr große Erleichterung. Eine ausführliche Review zu meinem Walking Pad findest du übrigens auf meinem Kanal. Falls du damit auch schon die ganze Zeit im Überlegen bist, ob das was für dich wäre, die Review verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Kannst du gerne mal nachschauen. Da habe ich dir ein Fazit gegeben, was ich über das Thema Walking Pad denke, nachdem ich es über zwei Jahre fast täglich in Gebrauch hatte, worauf ich beim Kauf achten würde und was für meine Erfahrung damit ist. Du glaubst nicht, wie viele Kalorien du zusätzlich dadurch verbrennen kannst, einfach nur, weil du läufst, weil du deine Schritte machst. Und das vor allem ohne, dass du dadurch irgendwie einen gesteigerten Hunger oder Appetit hast, wie es eben so oft beim Thema Cardio ist. Genau, das ist nämlich ganz oft das Problem bei hochintensiven Sporteinheiten. Wir entwickeln einen größeren Hunger, einen größeren Appetit und essen ganz viele von unseren hart und anstrengend verbrannten Kalorien wieder unterbewusst rein. Am liebsten hätten wir ja auch alle das Ergebnis direkt unmittelbar am nächsten Morgen. Gesund gegessen und zack, am nächsten Morgen belohnt uns die Waage dann auch schon mit einem Kilo weniger. Natürlich weißt du selbst, dass es leider so nicht funktioniert und genau aus dem Grund sind Ungeduld und eine falsche Erwartungshaltung auch der größte Feind, wenn es ums Abnehmen geht. Vor allem dann, wenn du dich vorher nicht so besonders gesund ernährt hast, nicht so sonderlich auf deine Ernährung geachtet hast und jetzt neu damit beginnst, deine Ernährung umzustellen, du viele Dinge weglässt oder ersetzt um dich jetzt gesünder und ausgewogener zu ernähren und du eben große Veränderungen gemacht hast, hoffst du natürlich auch, dass du schnell belohnt wirst. Die Veränderungen fallen dir noch nicht so leicht, es fühlt sich am Anfang noch schwer und anstrengend an, du musst irgendwie über alles noch dreimal nachdenken, es ist noch nicht so ein Automatismus, noch keine Gewohnheit für dich und natürlich willst du dann auch belohnt werden, du willst sehen, dass du etwas richtig machst. Nur leider lassen die Ergebnisse beim Abnehmen einfach ein bisschen länger auf sich warten, das ist was komplett Normales. Abnehmen ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht. Unser Körper funktioniert eben leider nicht auf Knopfdruck. Jeder Körper ist einzigartig und verändert sich eben auch in seinem eigenen Tempo. Und hier ist eben vor allem eine realistische Erwartungshaltung das Allerwichtigste, um nicht direkt wieder frustriert nach ein, zwei Wochen aufzugeben, nur weil du keine Ergebnisse gesehen hast. Es wird einfach realistisch gesehen einige Monate dauern, bis du auch Ergebnisse im Spiegel feststellen kannst. Wenn du erwartest, innerhalb von wenigen Wochen fünf Kilo zu verlieren, dann wirst du eben nach zwei, drei Wochen enttäuscht alles hinschmeißen und aufgeben, weil du nicht die gewünschten Ergebnisse siehst. Setz dir realistische und dadurch auch erreichbare Ziele, statt irgendwann nur zu sagen, ich muss jetzt diesen Monat XY Kilo verlieren. Löst dich auch gerne mal von dieser einen Zahl auf der Waage. Das könnten zum Beispiel so Ziele sein wie, diese Woche fahre ich dreimal mit dem Fahrrad auf die Arbeit oder ich trinke jeden Tag drei Liter Wasser. Solche kleinen Ziele sind einfacher zu erreichen und sorgen auch für ein regelmäßiges Erfolgserlebnis. Ich rate außerdem immer dazu, lieber Fotos oder Kleidungsstücke zu verwenden, statt eben nur alleine auf diese Zahl auf der Waage zu setzen. Denn gerade bei uns Frauen ist das nicht sonderlich aussagekräftig, einfach weil wir durch unseren Zyklus ganz natürlicherweise einfach immer wieder Gewichtsschwankungen haben. Ganz oft zeigen diese Methoden Fortschritte viel, viel besser an als diese eine Zahl auf der Waage. Und wenn du mal wieder ein Motivationstief hast, dann erinnere dich daran, warum du eigentlich angefangen hast. Schreib dir deine Gründe auf, warum du abnehmen möchtest und platziere das auch irgendwo, wo du es wirklich sehen kannst. Dadurch kannst du dich in solchen Momenten der Frustration viel schneller daran erinnern und bleibst dadurch auch viel eher motiviert. Wenn du mich und meine Videos bereits kennst, dann kennst du diesen Spruch. Ich sage immer gerne, es kommt nicht darauf an, wie viel du isst, sondern es kommt darauf an, was du isst. Natürlich brauchst du ein Kaloriendefizit zum Abnehmen, aber du kannst es dir sehr viel einfacher oder sehr viel schwerer machen, dieses Kaloriendefizit einzuhalten. Wenn du es dir schwer machst, dann steckst du voll in diesem Diät-Mindset fest. Du hast einen ständig knurrenden Magen, du verbietest dir alles Mögliche, du isst immer und immer kleinere Portionen und du denkst eigentlich den ganzen Tag nur darüber nach, was du als nächstes essen kannst, was du essen darfst, wann du essen darfst und wie viele Kalorien das jetzt alles hat. Du hast immer das Gefühl von Verzicht. Du kannst aber mit der richtigen Lebensmittelauswahl auch große Portionen essen, die dich satt und glücklich machen und dadurch trotzdem auf einem intuitiveren Weg abnehmen. Du kannst abnehmen und trotzdem das Gefühl haben, auf nichts verzichten zu müssen. Das Geheimnis dahinter liegt in der Makronährstoffverteilung. Wenn du dich noch gar nicht damit beschäftigt hast und unsicher bist, wie du die richtige Makronährstoffverteilung für dich rausfindest, dann ist dieses Video hier auf jeden Fall das Richtige für dich. Da erkläre ich dir super easy, wie du für dich die richtige Makronährstoffverteilung finden kannst oder wie du das auch ganz intuitiv mit einer einfachen Methode machen kannst, ohne irgendwelches Zahlengedöns und irgendwelches Tracking. sowie wie安全 werden dann wie sie und es die hat die